Oh mein Gott, Leute, Sonic hat Game Master gefangen! Ich glaube, da war was. Das scheint irgendjemand eine Festplatte zu sein. Ich muss jetzt dringend schauen, was dieser Festplatte ist. Gut, so. Und bei dieser Verbringung sind wir ein bisschen Geld. Das ist auf einmal ein Game Master. Kommt die mal her. Das muss ein Tipp von Sonic gewesen sein. Aber... ist er. Wir können Game Master sein. Hier soll irgendwo Sonic sein. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Kein Sonic. Was mache ich hier? Ich habe hier noch keinen Sonic gesehen. Ich fahre jetzt wieder weg. Haben wir mal ein schöner Trip nach Berlin? Die S 자녀�endrerelронie. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Überweather geht. Wir riders warten. Ich bin jetzt. hallo zusammen willkommen bei einem neuen video von wotze tv und heute habe ich mir gedacht ich beginne das video mal mit einer kleinen trainingseinheit am boxsack um mich gegen gegner grinch oder clown sonic oder wen auch immer besser zur wehr setzen zu können und heute habe ich mir ein ganz besonderes opfer ausgesucht zum trainieren hier ist er der böse clown und ich werde ich da mal schön bisschen hier drauf dreschen hier ein bisschen beinarbeit so So, auf die Nase. Gib's auf. So ein Training ist echt anstrengend. Oh Mann. Was war das? Da war was. Hä? Was ist das? Da liegt einfach mal ein Zettel. Wo kommt der her? Du findest Game Master im Keller. Von Comeback TV. Grüße Sonic, Echse. Oh mein Gott. Sonic hat mir geschrieben. Sonic hat mir verraten, wo ich Game Master finde. Aber wieso das? Ich habe Game Master schon ewig nicht mehr gesehen. Er ist schon so lange verschwunden. Er hat ihn entführt. Und wieso sagt er mir jetzt, wo er ist? Das macht doch alles keinen Sinn. Aber wenn es da steht, ich muss da hin. Ich muss zum Keller von Comeback TV und muss schauen, ob das wirklich stimmt. Und am besten, ich mache das wie immer zur Teufelsstunde um 3 Uhr morgens. Da werde ich hingehen und ich hoffe wirklich, dass Game Master dort zu finden ist und mich Sonic Exit nicht anlügt. Also Leute, drückt mir die Daumen und betet für Game Master, dass es ihm gut geht. Ich gehe jetzt zur Teufelsstunde, gehe ich dorthin. Also, wir sehen uns dann später. Ciao. Mann, ich muss jetzt einfach mal schnell zu Kammberg. Angeblich ist ja der Game Master bei ihm im Keller. So hat es zumindest Sonic gesagt. Und ich laufe jetzt hier durch die dunkle Stadt. Ich muss sofort zu dem Keller. Sofort. Jetzt aber los. Sofort. Musik So, Sonic hat mich jetzt einfach mal hier wieder in den Keller von ComebackTV geschickt. Hier soll der Game Master sein. Ich schaue jetzt gleich mal, ich muss ihn schneller retten. Oh mein Gott, Gamy! Da bist du ja! What's it? Endlich hast du mich gefunden. Was hat Sonic mit dir gemacht? Bist du ganz schwach? Komm, ich helfe dir auf. Nach so langer Zeit, endlich frei, endlich. Mein Gott, wie lange bist du hier drin? What's it? Ich weiß nicht wie lange. Ich weiß nicht, wie lange ich hier bin. Sonic hatte mich überwältigt und dann bin ich hier. Ich habe totale Zeit verloren. Danke, Kid, für mich fühl mich noch schwach. Komm, wir müssen jetzt erstmal hier raus. Ja, Watson, lass uns bitte schnell hier raus. Mein Gott. Wir müssen leise sein. Okay, Watson, ich glaube, die Luft ist rein. Das kann's doch nicht sein. Sonic hat tatsächlich Gamy entführt. Was fällt dem Kerl ein? Wie viele Tage ist denn der schon hier? Die Gamy ist total schwach. Wir hauen jetzt ab. Ich muss ihn ein bisschen aufpäppeln. Danke, Watson. Leute, wie ihr seht, bin ich jetzt wieder zu Hause. Game Master geht so einigermaßen wieder gut. Er ist bald wieder fit. Und ich hoffe, dass ihr ihn bald wieder öfter sehen werdet. Aber was war da nur los? Er schickt mich Sonic durch die ganze Gegend. Gibt mir Tipps. Gibt mir eine Festplatte. Schickt mich in eine Fabrik. Dann sollte ich ihn in Berlin treffen. Wo ich ihn aber nicht gefunden habe. Ihr habt ihn dann nämlich dort gesehen. Und jetzt? Jetzt kommt er daher. Und sagt mir, wo ich Game Master finde. Er sperrt ja ihn dafür. Ich glaube, drei Wochen oder was da. Ein in den Keller von Comeback TV. So nah. Und keiner hat's gemerkt. Und weder Kamberg noch sonst mehr. Warte mal im Keller. Er hat mir erzählt, er hat nur Wasser bekommen. Aber nichts zu essen. Der Kerl ist halb verruhert. Und wir gehen jetzt erst mal gut Pizza essen. Um hier ein bisschen aufzupäppeln. Das kann's echt nicht sein. Aber wie gesagt. Wieso hält er denn erst gefangen und sagt uns dann, wo ich ihn finde? Hat Sonic etwa ein schlechtes Gewissen bekommen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe aber, dass euch auch dieses Video gefallen hat. Und wenn ja, dann bitte abonnieren. Dann klickt den Like-Button. Glocke aktiv. Und natürlich grüße ich wieder ein paar Leute. Der erste Gruß für heute findet ihr hier. Okay. Das letzte Mal habe ich nur einen gegrüßt. Heute sind es wieder ein paar mehr. Ja, also grüße ich heute mal jetzt hier. Und? Sollen wir noch jemanden grüßen? Okay, okay. Gruß ist wieder hier. Und ich bin heute in Geberlaune. Weil ihr wollt ja gegrüßt werden. Ihr schreibt es mir in die Kommentare. So viel kann ich gar nicht grüßen. Aber hier, Nummer 4 für heute. Und das ist wirklich der letzte Gruß. Der kommt hier. Also, das war es für das heutige Video. Vielen Dank für eure Unterstützung. Schaut weiter die Videos. Ich freue mich. Ich bin immer offen für Ideen von euch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020